Sebastian hat sich ja bei seinem Radtour-Video schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir hier zu Globus zu einem Sommerobst-Seminar gehen. Und heute ist der Tag gekommen, wo das Sommerobst-Seminar ansteht. Wir sind mal sehr gespannt, wie viel Seminar da wirklich passiert oder ob es eigentlich mehr nur so ein Essen ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hatten einen riesigen Obstteller auf dem Tisch und es war wirklich viel Inhalt. Also der hat die ganze Zeit erzählt, wo die Melone herkomme, die Geschichte von der Traube, worauf man achten muss, wie man was essen kann, wann was reif ist. Zu jedem Obst hat er was erzählt, das Essen dazu hätte man gar nicht gebraucht. Also es war lecker, aber es hätte man nicht gebraucht, so viel Obst, wie man gegessen hat. Ja, also es war wirklich extrem informativ. Wir waren auch ganz offiziell wohl die Ersten in Deutschland, die eine orangefarbene Wassermelone getestet haben. War okay, war so eine Mischung aus Wassermelone und so ein leicht Honigmeloniger Geschmack, aber jetzt nicht so. Und es war, wie gesagt, Essen viel zu viel. Also Obst halt sehr viel für alle. Und was halt auch war, wo ich überrascht war, man kann auch die Reste am Obst, wo ich gesagt habe, hier sind auch gleich Plastikbeutel, nehmt gern alles mit. Ja. Da haben wir. Ja, und es war wirklich sehr, sehr gutes Obst. Das waren jetzt zweieinhalb Stunden fast. Ja, genau. Also zweieinhalb Stunden wirklich vollgepackt mit Infos und Essen. Ja, also war wirklich super. Ich fand, die Portionen waren aber angenehm klein von dem eigentlichen Essen. Es war eher in der Summe einfach. Genau, es war halt eher, weil wir halt auch sehr viel Obst nebenher genascht haben. Er hat halt dann auch immer so gezeigt, zum Beispiel, wie schneidet man halt ordentlich einen Pfirsich auf, auch, ne? Genau, und es war halt vor allem eine große Sache, sechs, acht, sieben Melone waren es. Jede gezeigt, wann ist sie reif, wie schneidet man sie auf. Dann ist einer rumgegangen, hat jede Melone angebote und so ging es halt sieben, acht Mal. Nachdem er das ganze Obstteller hatte, nachdem er schon drei gegessen hatte. Ja. Also wirklich definitiv eine Empfehlung wert. Bieten auch andere Kurs an, im Oktober ist was mit Gulasch und so weiter. Ja, so alles so Herbstthemen, ne? Also so mit Kartoffeln, Kürbisse und sowas. Also es gibt auch, hatten wir hier schon mal gesehen, italienischen Abend. Spargelabend war scheinbar sehr gut. Genau, und genau, also so gibt es da verschiedenste Seminare. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal die Augen hier offen halten, ob es dann eben noch weitere Seminare gibt, weil für uns hat sich das auf jeden Fall sehr gelohnt. Ja, also es war mit Wassergetränke dabei, Wein hat man sogar trinken können. Ja. Und für 25 Euro war das ein Schnapp. Also ich bin so satt und jetzt noch das Obst für morgen. Und alles auch mega lecker. Das Obst war richtig frisch, schön dekoriert, hat geschmeckt. Und definitiv die Empfehlung wert.